Hallo, ich bin's Amun. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich nehm euch mit auf eine Reise und weiß selbst nicht, wo sie enden wird. Ich weiß nur eins, dass ich richtig Lust habe, irgendeinen Beitrag zu leisten für eine bessere Welt. Ich habe mir die Insel Mallorca ausgesucht. Ich denke, die Menschen, das Klima, das Temperament passt wunderbar zu unseren Absichten. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin ein einfacher Junge. Von den Straßen Sao Paulus. Meine Geschichte ist verrückt. Meine Geschichte ist so ähnlich wie deine Geschichte. Wir alle haben Höhen und Tiefen. Wir alle haben unsere Erfahrungen gesammelt. und wir alle haben unsere Geheimnisse. Ich bin's, euer Kreativdirektor, Armand Black. Ich entwickle neue Formate, aber mir fehlen die Darstellungen. Mir fehlen die Persönlichkeiten, die mit mir gemeinsam das Originalste, das Spektakulärste. und und wo immer du auch bist, ich lade dich ein, das Leben auf eine andere Art und Weise zu sehen. Ich lade dich ein, deine Großartigkeit zu entdecken. Ich lade dich ein, deine Leidenschaft zu entfachen. Ich lade dich ein, deine Träume zu realisieren und lebendig zu machen natürlich. Du bist wichtig, du bist wertvoll und die Welt wartet auf dich. Als ich auf diesen Planeten gekommen bin, hatte ich einen Traum. Ich habe geträumt, dass eines Tages wir Menschen eine fette Party schmeißen, um wen zu feiern, natürlich uns zu feiern. Ich habe lange überlegt, warum es auf diesem Planeten noch kein Fest gibt, wo wir Menschen uns feiern. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt anscheinend auf diesem Planeten noch kein Fest. Die neue Generation von Deutschland wird daher hier in Mallorca die erste offizielle Weltbürgerparty organisieren. Amura, ich danke dir, meine Sonne. 来... Los geht's mal, die neue Generation aanne. Wir س nos Jahrhlt Jahrhlt bis Jahrhlt guru